...auf dem Discord. Wenn mich namentlich erwähnt, wird auch von mir begrüßt. Nee, das auf der linken Seite, das war einfach das... Oh, nicht! ...Nvidia-Stream-Overlay. Ich hab den Chat nicht offen. Oh Gott, in welchem Mund... Du kannst akustisch reagieren. Ja, aber ich seh nichts. Mir muss dann jemand sagen, wenn ich erwähnt werde. Ich zitiere. Hallo, Darkwingdex. Hallo, Mr. Black. Hallo, Neo. Gut. Von groß. Hallo, zurück. Von der Arbeit aus, guck gut. Also, ich vermute mal, wir werden eine... die nächsten zweieinhalb Stunden wenigstens so in dem Team kleiden. Joa, ich hab Zeit. Du hast Zeit! Ich hab Zeit. Ich hab Zeit, der Widerle. Was muss man dann machen, Schönes? Heller, oder? Capture, was? Ja. Ich hab'n Taschenlampe, ich könnte reingehen. Hast du die Taschenlampe wirklich? Ja, guck. Warum liegt hier noch eine? Weil ich sind meine noch nicht geholt habe. Okay. Entschuldigung, ich hab'n, äh, brauch wieder... Du hast dich schon auf, äh, das erste Ziel, äh, äh, konzentriert. Verstehe, verstehe. Also, erreichen Sie einen durchdäglichen Geisteszustandswert von unter 25. Da muss ich ja erstmal steigern. Äh, fast wohl im Moment immer jeden Montag. Ja, dann hast du's ja schon erreicht. Perfekt. Hier unten ist drei Grad. Das ist kühl. Nein, hier unten ist eigentlich neun Grad, aber in der Küche war's drei Grad. Dann empfehle ich dir, die Heizung anzumachen. Mach' ich doch grad. Ähm, einfach... Schreib einfach, äh, dass du beim nächsten Mal am Montag mitspielen willst. Im Idealfall jetzt, jetzt einmal kurz vor, äh, voranmerken und dann am nächsten Montag auch nochmal mit anmerken. Äh, dann werden wir's nicht vergessen. Dann sollte es eigentlich, äh, funktionieren. Na, ganz schlimmstenfalls können wir auch rotieren, das ist ja kein Problem. Ja. So, hast du Strom angemacht? Ja. Gut, dann geh' ich mal rein. Oh, der Schlüssel glänzt irgendwie mehr. Sechs Grad, ne? Noch nicht. Neun. Ich komm' rein. Oh Gott, lass uns alle rausgehen. Ja, bin die Schuhe drehen, oder was? Ich hab' wir gestern so viel. Ja, Fastmove beginnt über 19.30 Uhr. So, da ich keinen Dings hab', machen wir das wieder zu. Genau, nächsten Montag werden junge Menschen gekillt. Was wird nächsten Montag? Stimmt, nächsten Montag ist Pfingsten, äh, da spielen wir nicht Phasmos, sondern Amogas. Haha, dann spielen wir übernächste, äh, nächste Woche, äh, via Phasmo. Entschuldigung, mein Fehler. Es gab nämlich da den großen Wunsch, nochmal eine Amogas-Route zu machen, nachdem wir letzten Donnerstag eine gespielt haben. Und ich hab' mir gedacht, das kann man dann... Das ist ein Vorraum zur Garage. Okay. Ja, ne? Wir waren vorher schon früher als das... Oh, der hat jetzt sogar gefrierbrannt. Und ein Kreuz. Die Waschküche. Die Waschküche. Genau. Ich stell' mal ne Kamera auf die Waschmaschine. Mach doch einfach mal die Wäsche. Nee. Wahrscheinlich hat der Geist beschlossen, dass es nicht seine Vorstellung von einer Beziehung ist, die Wäsche selber zu waschen. Er lässt waschen? Das ist aber auch schon ein bisschen sehr, äh, patriaschalig, oder? Da kommt dann sicherlich noch die Möglichkeit, äh, irgendwann geht's immer. Naja, wer weiß, welches Geschlecht der, die das Geist hat. Stimmt, das wissen wir nicht. Wir haben nur den Namen. Richtig. Hey, wir haben nur den Namen. Wer hat... Das sagt ja nichts unbedingt was aus. Gehen wir davon aus, dass der Geist seinen Namen geändert hätte, sollte der Name nicht... Das ist ein männlicher Name. Aber vielleicht ist, äh, der Geist ja... Oh, die Tür ist zu. Beim... Ah, deswegen. Beim, beim Namensändern abgekratzt. Dann wäre er doch am Namensänderungsamt und nicht zu Hause. Ich glaube, es ist gar nicht so, wie bei mir nicht selber waschen wollte. Das ist ein Namensänderungsamt. Ja, ich bist du... Schöner. Ausdruck fürs Stammesamt. Welches Geschlecht hast du? Bist du männlich? Komm. Bist du weiblich? Bist du... Was bist du? Außer alt. Das ist sein Geschlecht. Alt. Ah, das erklärt's. Es ist ein altes Geschlecht. Ein Adelsgeschlecht. Ja, genau. Von altem Geschlecht. Ja, dann ist es zumindest schon mal eine Geisterbox. Die andere Bedeutung davon sage ich um die Suhrzeit noch nicht. Namensänderungsamt. Ja, genau. Leute, ich mach nicht mit Wörtern. Und ich hab auch keinen Beruf, wo ich mit Menschen reden muss. Also daher lass mich doch einfach. Au. Au. Da ist dein Geist auf jemanden zugegangen, der in der Garage stand. Ja, Blacky. Aber du hast kein Foto von dem gemacht, oder? Ich hab die Kamera gar nicht hingestellt. Ich brauch ne neue Hose. Ich komm gleich wieder. Ich hab nur kurz gehaucht. Aber so laut, dass ich's gehört hab. Und ich stand nicht im selben Raum. Ja, und ich hatte auch noch dieses andere, dieses... Das, das, äh, wie heißt das, äh, der Fluch-Groich. Hm, hm, hm. Was? Das ist der Fluch. Der Fluch, aha. Guck mal, der Fluch. Oder The Grudge. Was haben wir denn sonst noch hier? Ich hör einen Piepen. Die Fotoktipsi sind alle weg. Ich hab einen Fotoktipsi mit reingemacht. Ah, okay. Dann nehm ich halt keins mit. Ich hab eins dabei. Aber, kein Geist. Vor mir ist der Typ, der aussieht wie der Otto, aber nicht der Otto ist. Ich bin echt. Oh Gott! Ich hab die Kamera, mir kann nix passieren. Wenn's ein Phantom ist. Das hat Satt das letzte Mal auch gedacht. Wo ich dabei war, ich kann mich dran erinnern. Die ist eigentlich am Ohr. Ich dachte, du hast gesagt, dass du es in der Garage hattet, oder? Nee, ich vorwam der gerade. Da war der doch, Mensch. Nee, war der nicht. Hi, hi. Der kann hier überhaupt nicht spawnen. Der hat keinen Platz zum Spawnen. Hat denn wer schon den Knochen? Nee. Guck mal. Hat schon einer den Computer fotografiert? Ah, hier ist ein Fingerabdruck. Wo, wo? Ich komme, ich fotografiere. Wo? Da. Ich komme alle und fotografiere. Ich mach ein Foto. Erster. Hey. Hast du den Computer schon fotografiert? Nee, ne? Der ist vorne, oder? Ja. Ich geh mal hin. Okay, mach mal. Ähm. Among Us werden wir mit Voice spielen. Wir werden natürlich, während wir spielen, halt nicht verraten, wen wir gerade treffen oder wo wer ist. Oder sonst irgendwas. Aber wir werden garantiert nochmal quatschen. Ja. Und ich werde es auch streamen. Ah. Was haben wir denn jetzt? Wir haben vier mit. Und Fox. Ja. Zehn Abdrücke. Wir wissen es doch schon. Ähm. Jetzt ist ein Gespenst. Und wir müssen noch machen. Foto. Foto 25 und das Kuzifixi. Geist. Danke. Ich habe gesehen, dass du Impasta bist. Ja, das Problem ist halt, ähm, wenn du zuschaust und gleichzeitig mitspielst, darfst du die Information, die du bei mir siehst, natürlich nicht verwerten. Ich freue mich natürlich über jeden Zuschauer. So oder so. Aber ja. Verdammt, ich bin auch viel zu hoch. Wo bist du denn? Ich bin zu hoch für euch. Äh, den Geist. Also, nicht mehr. Hallo, bist du da? Hallo, Geist. Geist. Nein. Da liegt ein Kreuzlein und da liegt ein Kreuzlein. Alles klar. ich habe zwei gelegt. Also, ich habe das zweite noch reingewerft. Ah, das ist okay. Jetzt machen wir das Rauschen hier aus. Können wir das Rauschen nehmen? Leckli hat schon geliebt, jetzt so gebraucht. Ah, wir haben ein M4. Zeig dich. Zeig, zeig. Zeig dich. Oh nein, ich habe meine Kamera fallen lassen. Jetzt machst du nichts mit Fotografen. Wenn der in Fassmo den Geist sein könnte, dann würde er auch wieder wenden. Ja, das könnte es sein. Das ist eigentlich blöd. Das Geist kann man überhaupt nicht wenden. Der ist nicht mal ein Telefon. Das ist genau, stimmt. Im Flur ist ein Telefon. Da draußen hängt eins an der Wand. Das wäre cool, wenn man mit einem Geist spielen könnte, Aber dann wäre es ja wie dead by daylight. Ja. Außerdem wäre es ziemlich unfair. Ja. Zeig dich. Foto. Oh, er hat versucht, was zu machen. Juhu. Ja, da wäre es schon mal eine Sache. Wir wollen hier. Aber wir können kein Foto von dem machen, der spawnt nicht. Wir hätten mit dem Crucifix warten sollen. Moment. Nimmst du es weg? Ihr habt Kameras dabei? Ich habe eine dabei. Also doch. Eine Kamera ist da, dann warte da, warte. Wo ich bin? Du bist ein guter Snack. Nimmst du jetzt gleich den, das Kuckuckuschtier oder was? Nein. Als erstes lege ich da noch ein Kreuz rein. Nein, lege ich nicht, weil es ist nicht mehr da. Ja, es liegt auf zwei Kreuze. Aber, ich werde nochmal hier schön rauchy, rauchy machen. Das soll die ja nochmal ein bisschen beruhigen in der Regel. Sie haben bei denen den Grafik erstmal mal verbessert. Okay, das Kreuz ist durch, das erste. Und das zweite auch schon halb. Wir haben noch eine Ladung. Kinder? Ich muss mal da rüber. Ganz weg. Ganz weg. So. Aber das hilft uns nicht. Wir wollen ja, dass er spawnt. Ja, aber er soll ruhig sein beim Spawn. Wir haben übrigens alle Kreuzladungen verpackt. Ich bin weg. Ich auch. Ich bleibe jetzt hier stehen. Ich bin ja auch ein guter Snack. Ich gucke erstmal nach den Sanities. Genau. Wie sehen die Sanities aus? Schlecht. Hab gestern abgespielt. Ah, okay. Ja, natürlich. Wenn ich der Gast war, dann wäre er... Ich will ja die Wäsche machen. Wir haben die 25 erreicht. Was? 25 kann der Reichsteck. Ja, das heißt, wir können unsere Pillen nehmen. Dann kann er auch in Ruhe erscheinen. Oh, speziell Kitty ist ein bisschen durch. Ich bin doch schon da. Wie, in echt? Ja. Wie, in echt? Nimm deine Pillen. Hab ich erwähnt, dass ich mir ein eng anliegenden Rock gekauft habe für die Arbeit. Ich hab bis auf eng anliegenden Rock nichts gehört und ich glaube, ich will es auch nicht hören. Ich hab noch für die Arbeit verstanden. Arbeit. Arbeit. Ja, ja. Arbeit. Ey, jetzt sind die Pillen weg, ihr Penner. Wie viele Pillen sind denn da drin in der Dose? Ich wollte die jetzt wieder bringen. Ja, 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 ja. Das macht Sinn, dir einfach komplett zu nehmen. Ich dachte, du bist doch drin und ich wollte die bringen. Mensch. Jetzt sind sie wieder weg. Blacky. Nein. Was denn? Hast du mir Pillen geschnappt? Das ist ein Bitze. Warum soll ich die Pillen klauen? Ich kann dir die große Pille hier geben. Hier, ich hab ein Feuerzeug. Das kann's sein. Ja, schön. Danke. Na dann halt nicht. Dann lass ich mich jetzt snacken. Guck mal, die liegen da auf dem Boden. Ja, komm mal, ich bin verrückt. Wie kommen die denn da hin? Bin ich vor mir? Ich bin ja zu weit weg. Ich bin viel zu weit weg. Ja, viel zu weit. Viel zu weit zu haben. Ja, dann. Foto. Ja, go. Phasmophobe. Das Spiel, wo man nicht zum Psychologen muss, ich weiß so schnell, wie bekloppt man ist. Nope, Eratfall sagt mir nix. Ja, wo es dein Ziel ist, auf deine reale Geistesgegenstände Zuständigkeit runterzuklommen. Na, ich könnte mir das nicht sagen. Ja, die ist ja negativ. Komm, Geistig, Geistig. Geistig, Geistig, Geistig. Ich hab zwar kein Foto, aber ich komm mit. Denk auch die Wege. Geistig, Geistig, Geistig. Warum liegt das Kreuz hier? Weil ich es ja hingeschmissen hab. Foto. Erscheide. Foto, 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 Foto. Wolle Foto kaufen. Du wolle Memphis? Wieder unter 50. Wir fahren Memphis. Wir fahren Memphis. Ding, 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 ding. 10. Start. Hinter dir. Auf dem Boden. Oh. Ah, wir fahren Memphis, hab ich echt ewig mehr gehört. Ich auch nicht. Erffall. Ich bin aber auch dran, weil Osterwelle nicht meine Politik ist. Kenn ich nicht. Na. Der Typ, der immer mitgefahren ist. Okay, den Typ kenn ich auch nicht. Bei, 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 bei wir fahren Memphis ist immer ein Osterwelle mitgefahren. Das war halt nach Verballungen von Westerwelle. Uh. Der ist ja nicht meine Politik. Deswegen ist das mit diesem ganzen Gag halt auch nicht mehr so. Macht ja jetzt keinen Sinn. Jetzt, äh, kann man den Gag ja privatisieren. Ach, jetzt ist tatsächlich ein Rauchmelder. Okay. Warum geht der eigentlich nicht los, wenn wir hier räuchern? Weil der ein intelligenter Rauchmelder ist. Weil der ein intelligenter Rauchmelder ist. Falscher Rauch. Memphis. Können wir denn bei jedem Rauchlos rauchen? Äh, in den Zeiter. Ah, guck mal, guter Snack. Mhm. Jupp, er hat mich gesnackt. Ja gut, du hast ja auch noch fünf Minuten gewartet, bis du wegrennst. Naja, ich hab gedacht, der Kreder, äh, ich hab eigentlich gesagt, der rennt hinterher, und das hat er aber nicht gemacht. Nein, er reint den Stuhlstrax auf dich zu. Das hab ich nicht gesehen. Ich, äh, er war so hässlich. Du hast nicht hingeguckt. Das hat der Konto noch gemacht. Ja, ja, das hab ich gemacht. Ich hab's auch versucht. Ja, er hat aber auch funktioniert. Hat's funktioniert? Ja, das war dein Foto, wo's funktioniert hat. Ich hab nur Fingerabdrücke geschafft. Schön. Na gut, dann können wir jetzt auch fahren, oder? Ja, ich glaub schon. Boah. Ich mein, das Ziel war ja, das Ziel war ja, dass ich gesnackt werde, und jetzt bin ich gesnackt. Ich glaub, ich muss Kitty mal lauter machen. Ach so, muss ich was einstellen? Raze, ne? Ja, Raze. So. Besser. Sprich mal, Kitty. Bin ich. Vielleicht noch ein Tick lauter. Grüner Typ. Grüner Typ. Lauter geht nicht mehr. Bin ich der grüne Typ? Nee, sagt, das ist der grüne Typ. Ich würde... Was ist das denn? Ein Alien? Ich hab doch als Gast auch noch Angst. Du hast mir ja jetzt schon Angst gemacht. Der grüne Typ. Ja, ja. So, ich drück mal auf den Knopf hier. Mhm, mhm. Die anderen beiden auch okay? Ja, wir warten die ganze Zeit. Ja, ja, eingestellt. Ach, jetzt sehe ich das Bild von dem Geist. Er hat einen Baseballschläger in der Hand, oder? Den hab ich noch nie gesehen, den Geist. Stimmt. Das ist recht der Bild. Die grüne Box hier hat einen Ethernet-Anschluss, der gar nicht aussieht wie ein Ethernet-Anschluss. Was ist die grüne Box? Hey, es war ein Gespenst. Ich weiß nicht, welche grüne Box. Hey, guck mal, Anzahl an Geistern. Und den Videorekorder. Ich weiß nicht, welche grüne Box.